Hallo zusammen, wir sind heute hier im wunderschönen Oberried. Oberried ist nicht nur bekannt für die Schloss Platte oder die Kristallhöhle, sondern es ist wirklich auch wunderschön zum Leben hier. Ich bin selber von Oberried. Wir haben den Auftrag bekommen, ein wunderschönes Einfamiliehaus zu verkaufen. Was sicherlich das Highlight ist von dieser Liegenschaft, es hat einen sehr grossen Umschwung mit über 1100 m². Aber mach dir doch selber ein Bild und komm mit mir mit! Dann starten wir auf die Hand und auch hier. Wir snatchen die Karte, die Karte angeln. Wir müssen die Karte von der Hand und aufpassen, Dann fallen wir einfach nach der Hand und aufpassen. Vielen Dank.